Hier sind wir im Restaurant East. Es gibt verschiedene Restaurants. Hier kann man sich dann separat etwas machen lassen. Ein Glutnauch und ein Süppchen. Hier ein kleines Süßchen. Hier wird was gemacht alles. Hier das Lackpuffel. Wenn sie so käselt. Röchter. Kohler, Bier, Wasser. Hier hat man dann verschiedene verschiedene Sachen. Sieht super lecker aus. Wir freuen uns jetzt auf unser leckeres Essen. Hier ist Matthias zum Essen. Hier gibt es heute eine Glutze. Wir nehmen den Bintenpischen. Schön bei dir. Hallo Matthias, wie gefällt es dir hier? Also mir gefällt es sehr gut. Wir sind jetzt hier im East. Und werden uns jetzt hier glücklich hinsetzen. Und werden uns hier frisch was zubereiten lassen. Und dann werdet ihr nachher mehr sind. Mahlzeit. Und hier habe ich deinen Garnelindella schon gesehen.